Bereiter wir im Training kommen, umso mehr halte ich meine Fresse. Ja, man sieht es mir auch schon langsam an im Gesicht, ne? Mit dem Gewicht freut mich. Ich denke sogar auch dieses Jahr werden wir da drunter sein. Warte, Bapstet am Limit? Vier Kilo, nehmt mal vier Kilo Fleisch in die Hand, wie viel das ist. Bapstet macht immer drei mehr wie du, warte mal jetzt. Komm, Jure, Bapstet, die macht fünf. Das war immer seine Problematik, der Arm von der Seite. Markus ist völlig baff. Ich kann mir nicht vorstellen. Das ist wirklich, das ist... Echt, dass du das Ding gewinnen kannst. Vor allem der Bobczyk-Gerillo macht nicht mit, ne? Ich bin überzeugt davon, dass du als erstes in der Mitte spielst. Selbst ich habe die ganze Zeit Gänsehaut hier. Wahnsinn. Endlich ist es soweit. Das heiß begehrte Video von der deutschen Bodybuilding-Schwergewichtslegende Markus Rühl zusammen mit Urs ist jetzt endlich, endlich online. Inklusive Formcheck. Wir sneaken in das Video rein. Ich bin mega heiß auf das Video, ja? Du bist ein richtiger deutscher Schrank. Von dieser Kombo kann man nur träumen, Freunde. Also, nicht viel labern. Let's go. Viel Spaß mit der Reaction. Wir haben natürlich den besten Part rausgepickt, bzw. Onkel Jacek hat mal wieder hervorragende Arbeit geleistet. Und zwar fangen wir direkt an mit dem Formcheck. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Markus' Meinung. Und noch gespannter natürlich auf die Form von Urs. Brutal. Brutal. Aber ist das wirklich brutal? Du kannst halt manches nicht trainieren. Was für eine Veränderung zum letzten Mal. Letztes Mal, als sie sich getroffen haben, da war Urs, glaube ich, im Aufbau und nicht kurz vor dem Wettkampf, wenn ich mich nicht irre. Oder? Haut's mal in die Kommentare. Ich hab's vergessen. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Jahr her. Ja, wo Urs jetzt improved. Unterkörper natürlich auch. Brutalst. Klar, keine Frage. Next Level. Aber hier, das habe ich im letzten Video auch schon gesagt, das war immer seine Problematik. Der Arm von der Seite, da hat Ramondino immer gepunktet. Und jetzt guckt euch mal den Arm von der Seite an. Am Anfang hat er das Handgelenk noch, in seiner ersten Season hat er das noch so gehabt und nicht eingedreht, damit der Arm ein bisschen dicker wirkt. Und jetzt kann er den Arm auch schön eindrehen und er ist immer noch schön breit. Hammer. Bisschen höher, bisschen höher. Genau. Siehst du? Jawohl. Junge, die Condition im Unterkörper. Schon vor Wigs Out so gestört. Das haben die meisten auf der Bühne nichtmals. Die sind in den Kürstchen streift und in den Folgern rein. Auch die Querstreifen beim Quadrizeps, Junge. Was ist das? Ich sehe jetzt nur die Veränderung zum letzten Mal. Die ist so gravierend. Die hatte... Markus ist völlig baff. Hat man lang nicht mehr gesehen, dass einer auch so Props bekommt von Markus Rühl. Der ist ja eigentlich so ein Nörgler, genauso wie Heiko. Aber hier... Digger, Markus ist am Strahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer ein Perfekt rumklappert. Ja. Vielleicht hat einer ein bisschen mehr Muskeln. Aber Perfektion. Das ist wirklich... Das ist... Diese Linie, die Urs hat. Vor allem, wenn ihr in Pose geht. Einfach Lights Out. Einfach Lights Out ist Feierabend. Schönheit. Voller. Volumen. Ja. Härte. Ausgeglichenheit. Da ist nichts mehr. Jetzt habe ich doch gesagt, deine Arme. Ja. Jetzt nix mehr. Das ist auch Kritik für hier. Gar nix mehr. Das ist nichts mehr da. Was ihr eigentlich... Was ihr eigentlich auch kennt, das ist nicht Perfektion. Ausgeglichen. Ja. Und das ist ja eigentlich Klassikmodell. Das war uns ja auch richtig. Das haben wir ja gesagt. Ja. Wie krass das auch ein Pushen muss, ne? Ein Urs, wenn man sowas hört von der Legende Markus. Rühl. Hammer. Rücken, Arme. Ja. Perfekt. Und das passt perfekt. Die Härte brutal. Ja. Ich... Ich hoffe nur, du bist nicht schon zu weit, ey. Ohne Scheiße. Den Spruch mag Urs überhaupt nicht. Ja. Du bist zu früh fertig vor dem Wettkampf. Da macht er sich immer lustig in den Instagram-Stories. Hab ich schon gesehen, das eine auf ein andere Mal. Ich meine, ich weiß jetzt, wie... Ne? Ich hab wenige gesehen, die ohne Entwässerung so ausgesehen haben. Ja, das ist... Das ist abartig, Alter. Münzerhärte. Ich muss immer schnell Amateurweltmeister werden mit sowas beim Schwergewicht, was. Immer schnell vorbeilaufen, so. Warte mal hier. Komm, wenn man den WM-Titel mit zum Beispiel zum Klassik zurückkommt. Ich sag aber jetzt auch nicht mehr, dass er ins Schwergewicht gehen soll. Nicht, weil Alicia nicht dabei ist, sondern weil es halt einfach echt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo sie wieder ein bisschen Luftgekeppe haben, ne? Ja. Jetzt sehe ich die nächsten vier, fünf Jahren auch echt, dass du das Ding gewinnen kannst. Locker. Locker. Vor allem der Bobtsche Guerrillo macht nicht mit, ne? Da kannst du da nur gewinnen. Mein Kollege war Arnolds jetzt, da war ich 99. Ja. 99,4 bei der Abwaage. Ja. Und 103 ist jetzt mein Limit. Vier Kilo. Nehmt mal vier Kilo Fleisch in der Hand, wie viel das ist. Vier Kilo Muskeln. So, jetzt lässt du die Frisur mal noch ein bisschen hochtoppieren. Ja. Da hast du noch mal ein Kilo Luft. Die Friseröhr kommt dann mit und stylt mich davor. Macht ja so ein Ding wie... Schönen Hirogesen. Das Ding, ja. Pyramide. Darfst du mit Schuhe hinnehmen, ne? Ne. Aber Socke, ne? Auch nicht. Auch nicht mehr? Ja, da wurden ja viel gemogelt. Da haben sie sich Keile drunter geschoben. Ich wollte es gerade sagen. Oder Ding dran geschmiert. Ja. Alles. Alles weg jetzt? Ich gehe sogar nicht mehr zu meinem Pediküre, Maniküre, Chines um die Ecke. Dass ich möglichst... Ganz viel Hornhaut, damit man noch größer ist. Hornhaut. Dass ich möglichst fette Hornhaut unten habe. Ja, das ist ein verrücktes Mann in der Pirne, Alter. Musst du machen. Aber ist geil. Musst du machen. Ne, das... Da zählt jeder Millimeter, ne? Das mit dem Gewicht freut mich. Ich denke sogar auch dieses Jahr werden wir da... werden wir noch drunter sein. Waren die Bams nicht am Limit? Ne, ne. Meinst du, die haben sie bei Redem gemacht auch? Generell auch wegen den kleineren Athleten. Ja. Weil es war faktisch, hast du als größter Athlet, Vorteile. Ja. Also jetzt, ich bin ja jetzt nicht klein mit 1,82. Ja. Aber wenn du 1,75 hattest, was durftest du da wiegen? So viel wie dein halbes Bein, Alter. Das ist halt in diesem Limit, mal Körpergröße, das ist schwierig. Das ist schwierig einzuschätzen. Ja. Und die Klasse ist ja noch erste Generation. Ich meine... Schauen wir mal. Dann bringen wir den Pott nach Hause. Ich hoffe aber nicht, dass die das Limit noch weiter in die Höhe treiben. Weil dann geht halt dieser klassische Look bei den meisten Flöten, weil die dann zu muskulös sind. Zu fleischig sind. Schwer, schwer nicht dran zu glauben. Dann gibt es einen Kasten Bier, Alter. Ja, machen wir gern. Dann saufen wir uns komplett zu. Ja. Das ist ja hier Worte von Markus, Alter. Vom Idol her kriegt man schon Gänsehaut. Hammer. Ich habe erstmal meinen Shaker gesucht, weil ich mit meinem Diäthirn vergessen habe, wo ich den gelassen habe. Wir haben die Form gecheckt mit Markus. Ihr habt ein paar Highlights gesehen. Ich habe mir noch letzte Ratschläge abgeholt, letzte Tweaks, letzte Instruktionen und eine qualitative Meinung, bevor es morgen in die USA geht. Also letztes Training hier heute nochmal ein Highlight für mich. Und jetzt geht es noch weiter. Wir machen noch eine Brustübung. In dem Gym habe ich übrigens mit Markus auch zusammen damals meinen PT gehabt, was ich geschenkt bekommen habe von Onkel Mirek. Lieben Dank nochmal für dieses brutale Geschenk. Das war 2018. Da haben wir zusammen Arme trainiert mit Markus. Das war eine Tortur. Ich schwöre es euch. Genau in dem Gym. Hammer. Darmstadt. Fliegende und noch Seitheben. Du hast gerade erzählt, bevor die Kamera anging, dass wir jeden Tag 35 verschiedene Produkte nehmen. An Supplements. Wir nehmen alles von ISN. An Steroiden. Und rühlt das Bestes hoch und runter. Und vorne und hinten rein. Oh, doch nicht die Süße. Geil. Geil. Schön den ganzen Turm. Hammer. So muss das sein. Auf. Vor. Vor. Ganzer Turm. Halt fest. Halt. Das ist es. Auf vor. Halt fest. Oh komm. Vor. 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 Halt fest. Noch einer. Vor. Halt. Auf. Vor. Vor. Halt. Drei, zwei, eins. Langsamer. So geil, Alter, wenn Markus dich ansponnt beim Training. So war das damals auch. Hammer. Mach dir den ganzen Turm, ey. Gibt's doch gar nicht. Und jetzt reißt du mal die Schulter aus dem Gelenk raus. Mir hilft viel, Alter. Auf geht's. Nur noch beim Nutella, Alter. Die Einblendung von Markus mit den Röpsern ist noch gottlos. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Wir haben aktuell ein brutales Wochenangebot. Nämlich gibt es das Kreatin, egal ob als Kapselprodukt oder als Pulver, um ganze 30% reduziert. Auf alle weiteren Vitalstoffe habt ihr 20% Rabatt und auf das ganze weitere Sortiment ganze 10%. Rabattcode William wie immer. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für Ihren Support. Weiter geht's mit dem Video. Dann sieht's alles aus der Schulter, arbeitet nicht aus der Brust. Aber vielleicht sieht's auch nur so aus. Ich will hier Markus nichts unterstellen, um Gottes Willen. Okay. Komm, 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 komm. Komm. Ab, 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 einer, Hals, jetzt hälst du es. Fünf, vier, drei, zwei, eins, langsam weg, langsam. Genau so. Ich frage wieder viele, warum macht er es hinter dem Körper? Hinter dem Körper kannst du gezielt den Vorderen rausnehmen, triffst nur die Seite. Da du hast dein vorderer Schulterkopf so groß wie der Eiffelturm. Probierst du damit jetzt alles rauszunehmen und zu kontrollieren. Ein Vergleich, vorderer Schulterkopf ist so groß wie der Eiffelturm. Ja, auf. Und es ist nicht für den hinteren Schulterkopf. Halt mich doch mal. Bitte. Nein, es ist für die Seife. Bitte. Man kann es auch vorne machen. Ja, aber... Kannst du auch vorne machen, aber da hast du halt immer... Ich mag es vorne nicht so. Du gehst halt immer vor. Ich mag es immer von hinten. Wäre nicht, Freunde, oder? Seien wir mal ehrlich jetzt hier. Sag ich jetzt nichts dazu. Den Spruch kenne ich, ja. Das lassen wir mal so stehen. Geh mal von hinten, dann sag ich es. Oder interpretieren wir. Magst du es ja von vorne oder von hinten? Ich mag es in alle Richtungen. Okay. Hauptsache es kommt zum Ergebnis. Hauptsache es kommt in der Schulter an. Genau. Ich weiß ja jetzt nicht, was ihr da schon wieder denkt. Scheiß perversen. Machst du Jay dazu? Mach der auch hinten? Ja. Der Jay. Ja, dann. Ja, genau. Seid ihr schlau, aber der Jay Cutler mag es auch von hinten. Ja, sind wir schon zwei. Geil, Simon. Stellt euch mal vor, ihr trainiert einfach jedes Training mit Markus. Er ist euer Motivator, euer Trainer. Das ist einfach, ich klingt, aber es gibt, glaube ich, nichts Besseres, Junge. Je weiter wir im Training kommen, umso mehr halte ich meine Fresse, umso mehr redet Markus. Ich übernehme es ein bisschen Energie. Ja, man sieht es ihm auch schon langsam an im Gesicht, ne? Die Prep hat Spuren hinterlassen, er sieht platt aus. Ist ja auch normal, nach so einer langen Diät. Wenn der Zucker-HD-Arbeit ist auf dem Kopf weniger dran, klar. Ich habe gar nichts mehr geredet zum Schluss. Ja, oder? Ich habe nicht mehr viel geredet, ne? Außer mit einer Wellesitzigkeit, ne? Jetzt wird ja kein Infra-Walkout-Mars-Riegel. Ich habe es. Hoch die Scheiße. Da erzählt euch irgendwas von vorderer Schulter, Eiffelturm. Und das sieht aus wie Burj Khalifa, aber... Ja, so dünn und so lang. Ja, aber weiter aus, komm. Auf. Komm. Zwei. Eine. Komm. Besser. Sehr gut. Auf geht's. Die Durchschritte sitzt ja, oder? Komm, kämpfe nochmal. Auf. Bramstedt macht immer drei mehr wie du, bei der Melzahe. Fotze. Alte Fotze. Bumstedt, du alte Fotze. Zurück, jetzt geht den Fick ich nochmal. Warte, warte, warte. Alte Fotze. Zurück, jetzt geht den Fick ich nochmal. Irgendwas mit Fick ich nochmal, keine Ahnung. Ja, nix. Auf. Hat er gesagt, habe ich gelesen. Irgendwelche Fake News verbreiten, damit der Hertha trainiert. Auf. Weiter. Komm. Zwei. Drei. Jawohl. Komm, Junge, bumst dir die Fotze, die macht fünf. Komm. 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 Jawohl. Komm. Jawohl. Das ist ein Motherfucker-Satz. Wenn du kannst das Ding eh nicht, dass ich Jake sagen kann. Ja. Weil der Pop kommt. Ja, das soll ich dir liebe Grüße sagen. Wir haben immer Rumänien getroffen. Wenn du alles gemacht hast, liegt das nicht an dir. Sondern die lassen den einfach noch einmal gewinnen. Und dann eine Wachablösung einzuleiten. Und die wisst, wo die hingehen. Das ist das Einige, was passieren kann. Ja. Wenn alles andere sind hohen. Ja. Ja. Und das müsste in deiner Birne sein. Du darfst ja nicht denken, scheiße. Nee, Mann. Der kann nicht besser sein wie du. Der kann unmöglich besser sein. Unmöglich. Das war letztes Jahr schon knapp. Und dieses Jahr bist du 30 Prozent besser. Mein lieber Mann. Ich habe dich gesehen das letzte Mal. Da habe ich immer noch gedacht. Er ist noch zu schlank. Ja. Es ist ein fehlendes Volumen. Die Tiefe. Das ist alles weg jetzt. Das ist alles da. Ja, das habe ich gesagt. Boah, das gibt dir nochmal richtig Motivation für die letzten vier Wochen. So eine Ansage von Markus. Ich habe dir gesagt vor zwei Tagen, ich bin überrascht, wie das Volumen bleibt. Ja. Obwohl ich das selbe Gewicht habe in dem Sinne. Das ist so voll und rund. Hättest du jetzt nicht erwarten. Ja. Ich hätte mir gedacht, dass du flacher bist. Okay. Das bist du nicht. Was sagst du so? Deine Meinung jetzt mal als... Spencerhaut. Ja. Ich finde, das ist Perfektion. Danke. Ja, das ist... Das ist Perfektion. Also, da kannst du 100 Negativ-Kommentare schreiben, wenn ich so eine Meinung von so jemand kriege, Alter, dann brauche ich da nichts mehr hören. Die Negativen, die finde ich immer was. Ja. Wenn ich jetzt noch einen Gedickpunkt habe, dann ist es höchst noch. Hier bist du der Peak. Klar, ein Markus... Aber das sind ja Dinge. Ja. Wir reden jetzt von 99,8%. Wir haben beide Perfektionen. Der hat aber Schwächen mittlerweile, weil er älter ist. Und die hast du nicht. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, darüber haben wir am Freitag im Livestream uns ein interessantes Video angeschaut. Es sieht stark danach aus, dass Sibam sich wieder kurz vorm Wettkampf am Bizeps verletzt hat. Er hat am rechten Bizeps einen extremen Bluterguss hier. Und wer weiß. Natürlich wünscht man niemandem, um Gottes Willen, dass er sich verletzt. Aber das würde Urs natürlich irgendwo in die Karten spielen. Ein Ausfall vom Bumstead beispielsweise. Oder wenn Bumstead wieder bei der Doppel-Bizeps-Pose keinen richtigen Peak hat, weil der Bizeps entzündet ist. Oder verletzt ist. Oder angerissen. Oder whatever. Das wird ein knappes Ding. Ich sehe ihn sowieso vor, Dino dieses Jahr. Und ganz ehrlich, Alter, das Paket gerade eben, das ist wirklich Perfektion. Man sieht so gut wie keine Schwachstellen. Also möglich wäre sogar Platz 1, wenn ich das Paket jetzt hier gerade so betrachte. Das ist Wahnsinn. Im gleichen Niveau sind. Muss ich nach der Schwäche schauen. Werd weniger Schwächen. Normales ist Classic Bodybuilding die klassische Bodybuilding-Form. Ja, und das ist halt... Ja, und das hat Dino beispielsweise, finde ich, absolut nicht. Er ist kein schlechter Athleto. Der ist brutal. Keine Frage. Aber wenn es wirklich nach Classic geht, dann ist Urs der Klassischere von beiden. Die Frage. Ein Classic ist keine Schwäche. Ja. Was eben im Schwergewicht geht. Maximale Muskelmaße. Das Freak. Ja. Die sind ja nicht schön. Das ist ja schön. Jetzt sag mir, wo ich noch was machen kann, dass es noch besser ist. Und ich finde immer eins ganz wichtig zu zeigen bei Olympia. Diese Verbesserung. Die musst du auch in der Schürze zeigen. Das ist das, was du jetzt hast, wo ein Bamstead vielleicht gar nichts mehr zeigen kann. Ja, das ist interessant. Wir haben die Hausaufgaben gemacht. Nee. Alles gut. Ich bin überzeugt davon, dass du als erstes in der Mitte spielst. Ja. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Die ganze Zeit Gänsehaut, egal was am Ende rauskommt. Ja. Somit weist man doch die Hütte ab für Deutschland. Und dann, ja. Gucken wir, was rauskommt. Boah. Alter. Selbst ich habe die ganze Zeit Gänsehaut hier. Wahnsinn. Sehr, sehr geiles Video. Brutales Formupdate von Urs Kalecinski. Und ich kann Markus nur zustimmen. Nach diesem brutalen Formcheck. Ich meine, im letzten Video konnte man auch was sehen. Aber nicht so krass wie je. Weil hier kommt man wirklich, fast jede Pose sind wir durchgegangen. Zusammen mit Markus kommt man wirklich sehen, wie krass sich Urs in der Saison verbessert hat. Zur letzten Saison. Und das wird ein ganz, ganz fieses Paket. Weil das ist immer noch nicht die finale Form. Er ist schon fast fertig. Aber er hat noch ganze vier Wochen. Und in vier Wochen kann noch sehr, sehr viel passieren. Mit seiner Alicje und Stefan Kienzel an seiner Seite. Er hat auch das beste, beste Team. Er ist bereits schon in Orlando. Hat sich akklimatisiert. Kann Vollgas geben, kann sich konzentrieren auf den Bettkampf. Deshalb, alles ist möglich. Nicht nur Platz 2, sondern eventuell auch der Mr. Olympia-Titel. Schon bereits dieses Jahr. Wer weiß, vielleicht werden die Karten neu gemischt, Freunde. Haut wie immer eure Meinung in die Kommentare. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hat mich gefreut.